Was ein gutes, handwerklich orientiertes Fensterbauunternehmen ausmacht? Leidenschaft, Präzision, Flexibilität und eine Top-Beratung. Ebenso wichtig ist es heutzutage, neben dem fachlichen Know-how, die Organisation und Verwaltung im Fokus zu haben. Denn ein reibungsloser Ablauf von Angebot bis Rechnung spart kostbare Zeit und damit Geld. In unserer Unternehmensphilosophie stehen die Wünsche der Kunden an erster Stelle. In einem ausführlichen Gespräch nehmen wir uns die Zeit, die individuellen Wünsche kennenzulernen und planen gemeinsam mit unseren Kunden die Umsätze. Denn wir sehen in dem Beratungsgespräch das Fundament eines erfolgreichen Projektes. Materialauswahl, Form und Farbe, Energieeffizienz, Sicherheit. Bei uns sind Fenster und Türen keine Massenware, sondern so vielfältig und unterschiedlich wie unsere Kundenwünsche. Um diese Vielfalt umsetzen zu können, setzen wir eine Softwarelösung ein, die genau diese Anforderungen erfüllt. Klee's Vario bietet nicht nur das nötige kaufmännische Know-how, sondern auch die komplette Arbeitsvorbereitung bis hin zur Ansteuerung der Maschinen. Ein Vorgang mit dem zugehörigen Kunden ist schnell angelegt. Ob aus Typenlisten oder frei konstruiert, mit wenigen Klicks sind die gewünschten Positionen erfasst und ein kompletter Schnitt mit Wandanschlüssen erstellt. Auch eine Vermaßung in der Skizze ist schnell mal realisiert. Die Kalkulation der Fenster und Türen erfolgt automatisch. Alles wird übersichtlich in einer Tabelle dargestellt. In Nu ist das komplette Angebot fertiggestellt und kann gedruckt oder als E-Mail versendet werden. Nachträgliche Änderungswünsche vom Kunden können mit wenigen Klicks umgesetzt werden. Die Preise werden auf Wunsch automatisch neu berechnet. Ist der Auftrag vom Kunden freigegeben, werden alle relevanten Daten in einem Fertigungsauftrag übernommen und stehen somit für die komplette Arbeitsvorbereitung zur Verfügung. Ab in die Werkstatt! Die manuelle Eingabe der Fertigungsinformationen an einer Maschine ist dank der von Klicks optimierten Daten ebenso möglich wie die direkte Ansteuerung der Maschine. Die Kalkulieren Die Kalkuliere Die Kalkuliere Ob in der Oberflächenbehandlung, in der Beschlagsmontage oder in der Verglasung, Präzision und Leidenschaft spiegeln sich in jedem einzelnen Arbeitsschritt wieder. Glückliche Kunden sehen wir jeden Tag auf unseren Baustellen. Die gewünschten Fenster oder Türen sind fachgerecht geliefert und montiert. Bei der Rechnungserstellung setzen wir wieder auf die Professionalität von Klee Swario. Alle Daten stehen bereits zur Verfügung und die Rechnung kann auf Knopfdruck erstellt werden. Eine stimmige Kalkulation ist für uns überlebenswichtig. Aus diesem Grund legen wir besonderen Wert auf die Nachkalkulation unserer Projekte. Wir erfüllen Kundenwünsche mit Leidenschaft, Präzision, Flexibilität und Top-Beratung. Klee Swario sorgt dabei für die Organisation und Verwaltung. Und das Beste? Diese Software hat sich preislich unserem Auftragsvolumen angepasst und wurde dank der Basis- und Ausbaukomponenten individuell auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Einfach genial! BAJD Untertitelung des ZDF, 2020